Hi Freunde, alles klar bei euch? Kennt ihr das Gefühl? Sonntagabend, nur noch ein paar Stunden, dann fängt Montag an. Frei aufstehen, arbeiten, eventuell ein Kater noch vom Wochenende. Richtig deprimierend, oder? Aber eine gute Sache gibt es, oder? Push Day! Oh yeah! Also, ich sage euch ehrlich, ich freue mich, auch wenn ich morgen arbeiten muss. Denn es ist wieder Push Day Time. Man kann Gas geben. Ich möchte ja eine verdammte Brust aufbauen. Konzentriere mich ja auch auf die Brust. Und die Armen. Und ja, eine kurze Meinung von mir zu Off Season. Warum mache ich Off Season? Viele haben gesagt, hey Marco, bleib doch lean, bleib doch definiert. 375 Tage. Freunde. Ich sage euch eins. Ich sehe ja gern, wenn ich mich im Spiegel sehe, ein Sixpack. Ich denke, das macht jeder. Aber für mich ist eine Off Season nicht nur wichtig, weil ich dann mehr Muskelmasse aufbauen kann. Sondern es ist auch wichtig für den Kopf. Denn in dieser Zeit, in der man Off Season betreibt, muss man sich nicht mehr auf gewisse Sachen fixieren, fokussieren. Wie zum Beispiel die Zeiten bei der Einnahme der Nahrung. Oder wie viel Gramm. Es muss ja immer genau stimmen. Ich bin wirklich ein sehr genauer Mensch. In der Diät habe ich alles abgewogen. Und ich sage immer, nur eine Top Planung, die man auch einhaltet, bringt dich ganz nach oben. Daher ist für mich die Off Season wichtig. Ich kann mich einfach vom Stress der vergangenen Wochen oder Monate wieder runterfahren. Auf Stand-by. Auf andere Sachen fixieren. Und ja, einfach auch ein wenig Lifestyle wieder geniessen. In dem Sinne, Essen gehen. Mit Freunden etwas unternehmen am Wochenende. Da habe ich auch einen guten Tipp für euch. Viele fragen mich immer wieder, Marco. Wie machst du das, wenn du in den Ausgang gehst und Alkohol trinkst? Und ich sage euch, ich trinke schon lange kein Alkohol mehr. Aber es gibt da gute Tipps. Nehmt immer, wenn möglich, BCAAs vor dem Ausgang. Also nehmt BCAAs ein. Am besten in flüssiger Form. Finde ich jetzt am geilsten. Da kommt übrigens auch noch ein Video. Ab nächste Woche. Weil ich ja umgeschalten habe auf Pulver. Ihr seht es. Keine Kapsel mehr. Ich habe BCAAs in Pulver. AAKG. Was haben wir hier noch? Kreatin Monohydrat. Und natürlich darf das nicht fehlen. Blutamin. Also top ausgerüstet für die nächsten Monate. Und wie gesagt, das Video kommt noch. Und ja eben nochmal zurück wegen dem Ausgang. Wenn jemand unbedingt Alkohol konsumieren möchte. Nehmt vor dem Alkohol halbe Stunde, eine Stunde genug BCAAs zu euch. Das schützt euch wenn schon ein wenig. Und direkt nach dem Ausgang, nach dem Gesäufnis. Erstens Protein. Und dann nochmal eine Packung BCAAs. Und dann duschen und schlafen. Und was noch besser ist als das. Kein Alkohol. Bleibt clean auch in der Off Season. Denn ich sage, wer Erfolg will. Wer einer. Der Beste sein möchte. Der muss auf Sachen verzichten. Kein Verzicht. Kein Erfolg. Freunde. Das war Marco am Sonntagabend nach dem Leg Day. Fuck. Immer noch im Leg Day Modus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Peace Freunde. Und Prost. Ja. 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 Ja.